Wir sind die Sternsinger. Wir setzen uns ein für die Kinder dieser Welt. Wir sind die Sternsinger. Hält alle mit, denn jeder eins an zählt. Weißt du, wer die Sternsinger sind? Wir erklären es dir. Kinder verkleiden sich am Anfang des neuen Jahres als Könige. Sie gehen in Gruppen von Haus zu Haus, singen Lieder, bringen den Segen und sammeln Spenden. Warum machen sie das? Sie erinnern an die heiligen drei Könige. Diese haben Jesus nach seiner Geburt im Stall besucht. Ein Stern hat ihnen den Weg gezeigt. Sie brachten ihnen drei besondere Geschenke mit. Gold, Weihrauch und Mürre. Und wie ist es heute? Die Sternsinger schenken Freude mit ihren Liedern. Sie schreiben den Segen an die Tür. Damit sagen sie, Gott liebt jeden Menschen. Er möchte alle beschützen, die in diesem Haus ein- und ausgehen. Und die Sternsinger sammeln Spenden für Kinder in Not auf der ganzen Welt. Als Dankeschön für ihren Besuch bekommen sie oft Süßigkeiten geschenkt. Abends treffen sich alle in den Räumen der Kirche und erzählen von ihren Erlebnissen. Ich möchte auch dabei sein und helfen, dass es Kindern auf der Welt besser rät. Willst du auch mitmachen? Ja. Willst du mehr darüber wissen? Dann frage bei der Kirche am Ort nach oder schaue auf www.sternsinger.de Segen bringen Segen bringen Segen sein Segen bringen Segen sein Niemand ist für Gott zu klein Um Segen zu sein Und Segen zu bringen Für diesen Segen Wollen wir singen Für diesen Segen Wollen wir singen Alle Menschen brauchen ein Zuhause Alle brauchen Schutz und Geborgenheit Doch so viele müssen gehen Müssen aus der Heimat fliehen Denn die Heimat ist zerstört von Not und Streit 3 28 40 2 1 80